Hallo, ich grüße euch. Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Oxygenium Fly. Ich bin ein Sauerstoffmolekül und ich befinde mich gerade in einem Gasgemisch und bin von Stickstoffmolekülen umgeben. Und das ist Kohlenstoffdioxid. Ihre Kurznamen sind N2 und CO2 und meiner ist O2. Die anderen blauen, doppelten Kugeln, alle Zwillinge, genau wie ich, sind sie zweiatomig. Wir alle, alle Teilchen bilden das Gasgemisch Luft. Die Bestandteile der Luft sind in ständiger Bewegung und sie können eigentlich nichts dagegen tun. Ach ja, das habe ich noch vergessen, das Wassermolekül. Davon sind natürlich auch viele in der Erdatmosphäre und sie machen die Luftfeuchtigkeit aus. Heute gehe ich mit euch auf Reisen. Den Stickstoff nehmen wir nicht mit, weil er so träg ist. Er soll uns nicht begleiten. Kohlenstoffdioxid und Wasser werden mir bestimmt wieder begegnen. Die dürfen noch einen Moment bleiben. Sicherlich begegnen wir noch anderen Dingen. Ich bin sehr gespannt. Also, unser Thema ist die Wanderschaft des Sauerstoffs. Besser gesagt, der Sauerstoffkreislauf. Erster Teil. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.